Das Thema heute die sekundär getakteten Gleichspannungswandler. Konkret sehen wir uns den Aufwärtswandler an, auch Step-Up-Converter genannt, den Step-Down- oder Abwärtswandler und den Inverswandler. Dabei geht es um die Spannungsaufbereitung in einem konventionellen Trafonetzteil oder aus einer Batterie. Von Experimenten mit primär getakteten Schaltnetzteilen kann ich Laien nur dringend abraten, weil sehr hohe Anforderungen an den Berührungsschutz und die Entstörung gestellt werden. Auf der Sekundärseite ist das Ungefährliche. Es gibt zwar auch hier fertige Module, wir wollen uns aber mal das Funktionsprinzip ansehen. Herzlich Willkommen. Wir werden uns die drei Typen der Schaltwander der Reihe nach vornehmen und ich werde natürlich auch wieder zeigen, dass das in der Praxis funktioniert. Allerdings ist der einfache Aufbau, den ich hier zeige, nicht wirklich praxistauglich, da die Schaltungen weder Leerlauf- noch kurzschlussicher sind und die Spannung auch nicht stabilisiert ist. Sie sollen wirklich nur das Prinzip zeigen. Alle drei Gleichspannungswandler bestehen im Prinzip aus den gleichen vier Grundelementen, nur in unterschiedlicher Anordnung. Eine Spule, ein Kondensator, eine Diode und einen Schalter, allerdings nicht so einer hier, den könnte ich gar nicht schnell genug bedienen, sondern eher sowas. Beim Step-Up-Wander soll aus einer kleinen Gleichspannung eine höhere Gleichspannung erzeugt werden. Die Hochspannungserzeugung mittels Ladungspumpe haben wir schon kennengelernt bei der Hochspannungskaskade. Die besteht im Wesentlichen aus einem Netzwerk aus Dioden und Kondensatoren. Im Gegensatz dazu wird die Energie bei den Schaltwandern durch eine Speicherdrossel übertragen und man braucht keine Kaskade von mehreren Stufen, um höhere Spannung zu erreichen. Das ist die Prinzip-Schaltung, die wir so ähnlich auch aufbauen werden. Im Ausgangszustand soll der Schalter erst einmal offen sein. Die Spannung am Kondensator ist höchstens die Eingangsspannung abzüglich der Flussspannung der Diode. Sobald der Schalter geschlossen wird, steigt der Strom durch die Spule an. Es wird zusätzlich Energie im Magnetfeld der Spule gespeichert. Wenn der Schalter wieder öffnet, baut die Spule diese Energie wieder ab. Die dabei entstehende Induktionsspannung addiert sich zur Eingangsspannung. Dadurch wird der Kondensator jetzt höher aufgeladen. In der nächsten Einschaltphase wird die Spule wieder mit Energie geladen und der Kondensator übernimmt für kurze Zeit die Versorgung der Last. Er muss dann in kurzen Abständen wieder durch die Spule aufgeladen werden. Deshalb müssen die Schaltvorgänge entsprechend schnell sein. Auf die Art ist die Ausgangsspannung immer höher als die am Eingang. Wie hoch sie wird, lässt sich durch das Verhältnis der Einschalt zur Ausschaltzeit einstellen. Wenn die Einschaltphase länger wird, wird die Spule mit mehr Energie aufgepumpt und die Ausgangsspannung steigt. Der Step-Up-Wandler zählt zu den sogenannten Sperrwandlern, da die Energieübertragung immer in der Sperrphase des Schalters erfolgt. Die genaue Dimensionierung ist relativ kompliziert. Es ist ein Zusammenspiel aus Größe der Induktivität und Kapazität, der Höhe des Laststroms und der Schaltfrequenz. Alles sollte so abgestimmt sein, dass sich der Kondensator in den Ladepausen nicht zu stark entlädt und die Spule sollte möglichst nicht in die magnetische Sättigung kommen. Das Prinzip lässt sich aber auch ohne exakte Berechnungen demonstrieren. Allerdings muss der Schalter durch einen Transistor ersetzt werden, der mit einem Rechtecksignal geschaltet wird, welches in der Pulsbreite einstellbar ist. Dazu baue ich erstmal einen einfachen Pulsweitengenerator zur Ansteuerung. Er besteht aus einem Komparator, auf den ich ein Dreiecksignal gebe. Dadurch wird daraus ein Rechteck. Mit Änderung der Referenzspannung am nicht invertierenden Eingang des Operationsverstärkers lässt sich das Pulsweitenverhältnis einstellen. Wie das genau funktioniert, habe ich ja schon bei den Transistoreinstufen beim Klasse-D-Verstärker erklärt. Ihr könnt also da nochmal nachsehen. Mit dem zweiten Verstärker lässt sich noch eine Offset-Spannung dazugeben. Der erste Regler ändert die Pulsweite und mit dem anderen lässt sich eine Gleichspannung überlagern. Am Eingang des Wanders liegt eine einfache 9-Volt-Batterie. Bei geöffnetem Transistor kommen am Ausgang etwa 8 Volt an. Mit steigender Pulsbreite am Gate des Transistors bekommt man ganz leicht aus den 9 Volt über 100 Volt, wobei bei dem Lastwiderstand dann immerhin auch schon 40 mA fließen und etwa 4 Watt am Widerstand verbraten werden. Die Spannung ist natürlich lastabhängig. Sie ließe sich aber durch eine Rückkopplung auf dem Pulsgenerator stabilisieren. Sobald sich die Ausgangsspannung ändert, wird durch eine Änderung des Pulsweitenverhältnisses nachreguliert. Beim Abwärts- oder Stepdown-Wander sind die gleichen vier Bauelemente nur anders angeordnet. Wenn der Schalter geschlossen wird, steigt der Strom durch die Drossel allmählich an. Wenn er das Maximum erreicht hat, stellt die Spule keinen nennenswerten Widerstand mehr dar und am Ausgang liegt maximal die Eingangsspannung. Schaltet man den Schalter aus noch bevor der Strom sein Maximum erreicht hat, bleibt immer ein Spannungsabfall über den Blindwiderstand der Spule. Die Spannung am Kondensator bleibt also unter dem Wert der Eingangsspannung. Der Stromkreis bleibt über die Diode geschlossen. Die in der Drossel gespeicherte Energie wird abgebaut und unterstützt den Stromfluss durch die Last. Die Ausgangsspannung wird wieder durch die Länge der Einschaltphase des Schalters eingestellt. Da jetzt die Energie im eingeschalteten Zustand übertragen wird, spricht man in dem Fall von einem Flusswander. Auch das lässt sich in der Praxis überprüfen. Ich benutze wieder die gleichen Bauelemente. Und ich beginne im eingeschalteten Zustand mit der maximal möglichen Spannung. Mit sinkender Einschaltzeit verringert sich die Spannung am Ausgang immer mehr bis auf Null. Nochmal die gleichen Bauelemente wieder anders angeordnet und daraus wird ein Inverswandler. Der Name kommt daher, dass am Ausgang jetzt eine Spannung mit umgekehrter Polarität entsteht. Außerdem ist er eine Kombination von Aufwärts- und Abwärtswandler, denn die Spannung lässt sich von Null an bis auf einen vom Betrag her viel höheren Wert als die Eingangsspannung einstellen. Man spricht deshalb auch von einem Bug-Boost-Wander. Wie funktioniert der? Die Spule liegt jetzt parallel zur Spannungsquelle. Beim ersten Einschaltvorgang wird in der Spule wieder ein Magnetfeld aufgebaut. Die Diode sperrt zunächst. Wenn die Spannungsquelle abgeschaltet wird, baut sich das Magnetfeld ab und es entsteht eine Induktionsspannung, die der ursprünglichen Spannung entgegengerichtet ist. Dadurch wird die Diode jetzt leitend und schließt den Stromkreis. Die Spule agiert jetzt also als Spannungsquelle. Sobald der Schalter wieder geschlossen wird, sperrt die Diode wieder, die Drossel speichert erneut Energie und die Last wird jetzt aus dem Kondensator versorgt. Nach dem Abschalten überträgt die Drossel erneut die Energie zur Last. Der Inverswandler ist also auch ein Sperrwandler. Die Zeit der Einschaltphase bestimmt die Menge der Energie, die in den Ausgangsstromkreis übertragen wird und damit die Spannung am Ausgang. Die lässt sich jetzt von Null bis auf einen maximalen Wert einstellen. Und auch hier erreiche ich im Versuch locker über 100 Volt. Ja, erstaunlich, was man mit vier Bauelementen aus einer 9 Volt Batterie herausholen kann. Aber nochmal, die einfachen Versuchsschaltungen sind nicht für die Praxis geeignet. Ich wollte nur mal wieder zeigen, dass man mit wenig Aufwand ein paar Experimente machen kann, mit denen man vielleicht einige Zusammenhänge besser versteht und Erfahrungen sammelt. Am Ende wird man auf fertige, integrierte Lösungen zurückgreifen, von denen es eine ganze Auswahl gibt. Wenn ihr die Experimente selbst nachmachen wollt, dann bitte an die Sicherheit denken, denn es können, wie wir gesehen haben, sehr hohe Spannungen entstehen. Also Vorsicht! Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß dabei und frohe Ostern! Glockenzeichen 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 Vielen Dank.